Der 1. Mai in Berlin verlief auch am Abend weitestgehend friedlich. Tausende Besucher feierten beim Maifest bis spät in die Nacht auf den Straßen von Kreuzberg. Insgesamt war das Straßenfest mit rund 40.000 Besuchern maximal ausgelastet. Nur vereinzelt kam es zu kleineren Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei. In einem Fall reagierte die Polizei mit Schlagstöcken und Pfefferspray auf Provokationen des schwarzen Blocks. Eine Eskalation blieb jedoch aus. Am Tag waren nach Polizeiangaben rund 19.000 Menschen zur revolutionären 1. Mai-Demo gekommen. Gerechnet hatten die Beamten nur mit etwa der Hälfte. Der Zug marschierte zur Parteizentrale der SPD an der Wilhelmsstraße. Vereinzelt sollen unterwegs Steine und Böller geflogen sein. Einige Menschen wurden festgenommen. Genaue Zahlen zu Festnahmen und Verletzten hat die Polizei bisher noch nicht bekannt gegeben. Insgesamt aber kann der 1. Mai in Berlin als Erfolg verbucht werden. Sowohl Polizei als auch Demo- und Partyveranstalter zeigten sich mehrheitlich zufrieden.